Wussten Sie eigentlich, dass in Deutschland etwa 15 Prozent des Erdgasbedarfs aus einheimischen Lagerstätten gedeckt werden? Wir sind der größte deutsche Erdöl- und Erdgasproduzent, mit rund 80-jähriger Erfahrung, zukunftsweisendem Know-how und starken internationalen Partnerschaften. Und weil Öl und Gas auch in Zukunft wichtige Energieträger bleiben, sind wir unter Anwendung modernster Technologien kontinuierlich auf der Suche nach neuen Lagerstätten, an Land ebenso wie in Offshore-Regionen. Wussten Sie eigentlich, dass sich 90 Prozent aller Öl- und Gasvorkommen in Europa unter Wasser befinden? Wir suchen und fördern seit 1965 in der niederländischen Nordsee. Doch Erdgas aus der Nordsee wird auch in Zukunft einen wesentlichen Beitrag zur Versorgung in Europa leisten. Deswegen haben wir für Suche und Förderung auch zahlreiche Suchrechte in britischen, dänischen und norwegischen Hoheitsgewässern erworben. Wussten Sie eigentlich, dass Russland mit Abstand Europas wichtigster Gaslieferant ist? Und ein Drittel aller heute bekannten Erdgasfuhrräte lagern in Russland? Seit zwei Jahrzehnten sind wir Partner von Gazprom, dem größten Erdgasproduzenten der Welt. Mit zwei Gemeinschaftsprojekten haben wir diese Handelskooperation inzwischen auch auf die Gasproduktion ausgeweitet. Durch unser Engagement fördert erst mal sein deutsches Unternehmen Erdgas direkt in Westsibirien. So leisten wir einen wichtigen Beitrag zur künftigen sicheren Gasversorgung Deutschlands und Europas. Wussten Sie eigentlich, dass Norwegen neben Russland Europas bedeutendster Öl- und Gaslieferant ist? Mit der Gründung der norwegischen Tochtergesellschaft haben wir unsere Aktivitäten in der Nordsee signifikant ausgebaut. 2010 ist uns einer der größten Ölfunde überhaupt gelungen. Und wir gehören heute zu den wichtigsten Lizenznehmer Norwegens. Wir investieren hier rund die Hälfte unseres weltweiten Explorationsbudgets und planen bis zum Jahr 2015 Anlagen von mehr als einer Milliarde Euro. Wussten Sie eigentlich, dass das Emirat Katar über die drittgrößten Erdgasvorkommen der Welt verfügt? Auf einer Fläche von über 500 Quadratkilometern halten wir hier die Suchrechte in direkter Nähe zum größten Erdgasfeld der Welt. Nachhaltigkeit im Energie- und Industriesektor ist generell eine unserer wichtigsten Maxime. In Katar gehören wir damit zu den Vorreitern und unser Beitrag ist jüngst vom Energieministerium des Golfstaates ausgezeichnet worden. Wussten Sie eigentlich, dass weltweit mehr als 2000 Mitarbeiter aus über 40 Nationen für uns tätig sind? Deren Gesundheit und Sicherheit sind uns zentrale Anliegen. So hatten wir unsere Produktion in Libyen aus Sicherheitsgründen eingestellt und fahren sie mit Stabilisierung der politischen Anlage nach und nach wieder hoch. Wussten Sie eigentlich, dass für die erneuerbaren Energien Erdgas der ideale Partner ist? Es ist sicher, flexibel einsetzbar, besonders klimafreundlich und steht in ausreichender Menge zur Verfügung. Damit ist Versorgungssicherheit gewährleistet und das für viele Jahrzehnte. Wintershall. Wir fördern Zukunft.